Gut zu wissen. Haben wir das auch entdeckt. Aber ist ein riesen Raum nur für ein Secret, ne? Ist ein bisschen... Naja, gut. So, also, weiter geht's. Dann wollen wir das Kühlsystem mal abschalten. Das war hier, ne? Genau. Da werden wir wahrscheinlich Besuch kriegen. Da sieht schon wieder nach Arena aus. Muss ich da drauf schießen? Ah, ja. Ich hör sie doch schon. Wääll. Hallo, mein Freund. Wää, schieß doch. Ich hab dir gesagt, du hast den Grauen Star. Immer noch. Yeah. Sollte vielleicht nicht stehen bleiben bei dem Spiel. Ähm. Ja, ne Menge Action. Ich hör schon wieder Gisela, glaub ich. Was ist das denn? Wieso bleib ich denn hängen? Hallo, meine Freunde. Es wird Zeit für euch in die Hölle zu fahren. Und du auch. Ach, die ist schon wieder da. Die Alte. Die Alte. Die Knallte. So, Zeit für dich. Wiedersehen zu sagen. Ein in die Fresse. Komm mal her. Schicker Fußabtreter. So, für dich auch. Ciao. Weg mit dir. Ach, er ballert da oben. Ich dachte schon, wer schießt denn da? Das ist, glaub ich, ein neuer Gegnertyp. Den hatten wir, glaub ich, noch gar nicht. Das waren die, die vorhin vor uns weggelaufen sind. Spawn die Gegner jetzt permanent, bis ich die Dinger ausgeschaltet habe. War nicht hier so ein... Warte mal. Ach, da oben. Schieße ich auch noch vorbei. Okay, da muss ich nicht hin. Uah, wo ist der andere? Da hinten, irgendwo. Da kommen wir, glaub ich, gar nicht hin. So, wie das aussieht. Da müssen wir wahrscheinlich erstmal... Wahrscheinlich erstmal die Gegnerwellen hier besiegen. Ich werde nochmal den Raketenwerfer nehmen. Muni können wir gut gebrauchen für den. Giesel auch nochmal eben erledigen. So. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, hab ich das gerade richtig gesehen? War da gerade wieder dieser... Oh, dieser dämliche Rambock-Typ da, den ich überhaupt nicht leiden kann. Und Revenant ist auch schon wieder am Start. Und Revenant ist auch schon wieder am Start. Und seine Zwillingsbrüder. Oh nein, das gibt's nicht. Wie ich diesen hasse, den Gegner. Wie ich ihn hasse. Wie ich ihn hasse. Wie ein Mitarbeiter beim Arbeitsamt. Entschuldigung. Wisst ihr was? Erkört mich jetzt mal alle. So, ciao. Hallo. Hallo. Ist doch gut, mein Freund. Renn doch gegen die Wand einfach mal. Da. Du sollst zum Zahnarzt. Du hast Karies. So. So, wo ist denn hier der andere Reaktorkern? Hallo. Ich würde gerne... Ach, du schon wieder. Geh mal an die Seite. Ich muss deine Mutter in die Ecke bringen. Entschuldigung, ist es... So. Na, Alter. Geh doch sterben, du Sau. So. Wo ist der andere Reaktorkern da? Ach, guck mal. Meine Kollegas. Kollegah Taps. Der mit der Wirkformel. So. Da müssen wir ihn, glaube ich, irgendwie, oder? Kann das sein? So ein bisschen den Überblick hier behalten. Yeah, 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 yeah. Ich spiel, du. Du spielst, du. Guck mal hier. Matsch. Irgendwie müssen wir hier rein, aber irgendwie komme ich da nicht. Ah, guck mal an, wer da ist. Hallo, meine Freunde Gisela. Lass das, Gisela, habe ich dir gesagt. Lass das. Nimm mal ein Stück Herz. Oh, hallo Jungs. Müssen wir echt hier wieder ausharren? Ich habe dir gesagt, geh in der Seite. Du stinkst nach Maggi. So. Warte. La, 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 la. In Bewegung bleiben. Ach, guck mal an, da hinten sind auch noch ein paar Jungs. Wo ist er denn hin? Hier war doch gerade noch einer. Ach, da. Renn doch nicht weg. Ich habe was für dich. Ein Tritt im Arsch. So. War es das jetzt? Nein, ich höre noch einen. Ach, guck mal, Rüstung. Geil. Ah, hier. Ach, er wieder. Unser Freund. Der Marmeladen-Schildmeister. So. Na, geh doch an die Seite. Du stehst doch nur im Bild rum. Die Zuschauer können doch gar nichts sehen. Ciao. Oh, Alter. Das war knapp. Oh. Ich habe keine Munition mehr. Da fällt mir gerade mal auf. Wo ist er denn? Hey, hey. Piu, piu. Piu, piu. Wo bist du? Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Sie können sich jetzt zu meinem Kern begeben, um den Vorgang abzuschließen. Ach, zum Kern begeben, um den Vorgang abzuschließen. Den Vorhang. So. Vor allem den Vorhang auch. Ach, guck mal an. Ah, vielleicht müssen wir jetzt doch da lang, wo die Achterbahn da war. Müssen wir mal gucken. Ich wähle nochmal eben hier. Boah, ich habe so wenig Muni. Es wird Zeit, dass ich erstmal Muni sammeln gehe. Mal gucken, ob ich noch irgendwo was finde. Ehrlich auf jeden Fall noch Schild rum. Das nehmen wir noch mit hier auch. So. Hier ist noch Benzin und... Ah, hier ist auch noch Schild. Guck mal an. So, da ist noch Munition. Da ist auch noch Munition. Dann mal voll. Alter, 24 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig. Und willkommen zum Live-Let's-Play von Doom. Doom, 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 Doom. So. Wir nehmen gerade fleißig auf für YouTube. Für YouTube. Ne, und du auf YouTube willkommen. Alter, ihr seid wahnsinnig viel. Lieben Dank. Ich kann mich gar nicht oft genug bedanken. Vielen Dank, dass ihr da seid. So. Ich denke mal, der fällt immer runter, weil der so knapp immer springt. Müssen wir mal gucken. Äh, gibt's da noch? Da ist noch Munition. Irgendwas. Ich sieh's doch. Jawohl. Hier auch noch. Da ist auch noch was. Zack. Hier auch noch. Zack. Da ist auch noch Munition. Nehmen wir alles mal mit. Wat warm haben wir, ne? Dat lobe ich mir. So viel Munition, wie es ist. Alter, dat lobe ich mir doch mal. So. Zack. Warte mal, da unten hab ich noch was gesehen. Was war das? Lebensenergie, oder? Ja, aber haben wir ja voll. Haben wir ja 200. So. Äh. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich war grad so ein bisschen von dem Chat so ein bisschen, weil ich gucke ja auch ein bisschen zwischendurch auf den Chat, deswegen. grad so ein bisschen abgelenkt, was den, was den Chat angeht. Oder was heißt abgelenkt? Muss ja auch mal im Auge drauf werwerfen. Wer, wer, wer werfen? Mir verlässt schon die Stimme. Wie komm ich denn da rauf? Ah, hier. Jetzt haben wir nicht, wir müssen da gleich mit der Bahn fahren. Oh Gott. Bahn fahren. Tatsache. Der Zug... Der Zug wird mich zum Eingang bringen, ja? Ich hab aber keine Monatskarte! Oh Gott. Oh Gott. Na toll. Die dämonische Bedrohung. Na super. Fängt ja schon wieder gut an. Das gibt's doch gar nicht. Wieso stirbt der denn nicht? Ja, jetzt. So, ciao. Oh, warte mal. Unverwundbarkeit. Hä? Hab ich gar nicht eingesammelt? Ach nee. Ach, das ist hier. Oh, das ist für die BFG. Ach, guck mal. Eure herzlichen Freunde sind wieder da. Ja, ja. Ciao. Alter, wie viel hier los ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Goodness. Hö, geht doch sterben. Natürlich, Gisela kommt auch noch, oder wat? Zeit für dich zu sterben. Erstmal die Großen erstmal wegholen. Dann können wir uns um die Kleinen kümmern. So. Uah. Hör, da kommt schon wieder jemand. Wer schießt denn da? Lass was. Ach du schon wieder. Komm her, du Penner. So, ciao. Uah. Ich war gerade in dir drin. Das ist ekelig. Hab ich dir gesagt. Hör auf damit. Das ist ekelig. Ich hab gesagt, du sollst sein. Uah. Nein, ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Boah, wie gemein das war. Da haben die mich einfach da reingeschubbt. Gisela, so wird das nix mit uns. Nächstes Mal beim Date ziehst du bitte Minirock an, ja? Hör. Warte, ich muss mich mal eben um die Kollegen kümmern, ja? So. Mh. Mit dem eigenen Schwanz ins Gesicht geschlagen. Das ist... Ich weiß, wir haben noch keine 22 Uhr fast, aber... Das klang so falsch, aber das passte gerade irgendwie. So, warte mal eben. Leben nehme ich noch mit? Guck mal, da unten wartet schon wieder der Rammler auf uns. Der Rammelbock. Revenant. Revenant. So, ciao. Mit V. Uah. Nein, lass... Da wollte ich ein bisschen zu viel. Mann, 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 Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, Mann, Mann. Ganz ruhig Flex. Almut ist noch da. Jo, 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 jo. Passt ja schon. Einen hatten wir ja gehabt, der hat ja links gepostet, aber... Da war ja einer relativ schnell. So, oh. Wie juckt das Aupe? Nein, wieder von vorne. Als hätte ich das nicht schon gewusst. Warte mal eben. Ich komme zu dir. Warte, mein Freund. Oh, der ist... Oh, der ist... Oh. Oh. Okay, ich werde sterben. Ich werde so... Ich werde... Oder auch nicht. Das war ein schlechter Anfang. Warum auch immer. Warum auch immer. Nein. Hier gibt es nur Monatskarten. Habe ich euch gesagt. Habe ich euch gesagt. So. Lass das. Ich sammeln mir die jetzt erstmal alle. Mh... Die dämonische Bedrohung. Weißt du, es wird immer mehr hier. Erst sah es nur nach 5 Leuten aus. Und jetzt sind es schon... 120. Gefühlte. So. Karius. Dr. Best hilft. Habe ich mir sagen lassen. Und du, habe ich dir gesagt. Sollst du an der Wand hängen? Gibt es gar nicht. Der hört nicht auf mich. Glaubt man das? Sollte vielleicht mir mal die Rüstung jügeln. Warte mal. Wo ist denn Gisela? Guck mal da oben. Oh, tschau. Du bist weg. Gesterben. Uah. Soll vielleicht nicht... Uah. Ich soll vielleicht nicht so da in der Masse stehen. Und vielleicht doch mal ein bisschen... koordinierter hier rumlaufen. Weg mit dir. Lalalalala. Uuuh. Ist ja eine richtige Demo hier. Wie viele da auf einmal noch waren. Hast du mal gesehen? Oh nein. Willst du mich verarschen? Was? Ach komm. Das ist so lächerlich. Hüu. Bisschen Bauchspeck, jawoll So, von der BFG haben wir nur noch einen Schuss, glaube ich, ne? Jetzt hat er sich mal aufräume Warte mal, da war doch noch ein großer, oder? Oh, ich hab nicht mal viel Leben, fuck Rettungsboot, das war mein Rettungsboot, die BFG Ich hole mir noch die Munition dafür eben Falls mal doch was Großes noch kommt Ich, das hört sich nämlich danach an, als wäre das nicht zum Schluss hier Dass wir nicht zum Finale kommen hier Ja Lass das, hört auf auf mich zu schießen, lass das Geh weg Mann, hab ich dir gesagt Hau ab Du stinkst immer noch nach Maggi Und du auch Bam Weg mit dir Geh in die Ecke, Staub putzen oder sowas Ja, der ist ein bisschen stärker, aber egal Ich glaub, das war's So Jetzt mal Ruhe im Karton Ich glaub's ja wohl Immer diese Gisela, ne? Schlimm Juhu Terranio Okay, Munition kann ich nicht einsammeln Da hab ich anscheinend schon voll Was für ne Munition auch immer das sein soll Aber hier nehmen wir was mit Lebensenergie nehmen wir auch Schild Ja, auch mit Na, ich muss da hinten jetzt hin, okay Trotzdem noch mal eben kurz gucken wegen Munition Da hinten liegt noch was Können wir das auch noch mit einsammeln Da, 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 da Zack, 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 zack Zack, 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 da ist auch noch Lebensenergie, die nehmen wir noch mit Jawoll Dann haben wir 200 Sonst haben wir, glaub ich, alles hier So, das nehmen wir auch noch mit Da ist noch Schild, ah, guck an Das hätte ich noch beinahe noch liegen lassen Na ja, 30 Immerhin besser, besser wie gar nichts Ähm Also ich muss ganz ehrlich sagen Die Bosskämpfer, die bisher waren Waren einfacher wie die Hornkämpfe Weil die waren Die Hornkämpfer Boah, da sieht der Flur geil aus Die Horn, huch Verliere Speicherkapazität Verliere Speicherkapazität Kontrolle über neurale Funktionen Minimal Wir bleiben noch nicht alleine auf dem Aufzug Sobald das Kern vernichtet ist Zieht dich das Energievakuum zurück in die Hölle Dein Ankunftsort ist der Brunnen Verschließe ihn jetzt mit dem Schmelztiegel Dann schließt sich auch das Portal auf dem Mars Für immer Sie werden dich sicher nicht kampflos zu wollen lassen Natürlich nicht Ja Ja Wie die Musik gerade vollkommen wieder passt Und warum ist diese Tür da hinten so groß Ach du heiliger Strohsack Ja gut Ich würde sagen Machen hier mal eine kleine Folgenpause für YouTube Und sehen uns in einer weiteren Folge wieder Es bleibt definitiv spannend Und dann schaltet ihr wieder ein Bis dann, ciao Mal 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 Vielen Dank.